Stress kann einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Herzgesundheit haben. In Stresssituationen, die ja grundsätzlich normal sind, phylogenetisch, das heißt entwicklungsgeschichtlich, gab es immer Stresssituationen. Nur heute haben sich die gehäuft. Und bei einer Stresssituation kann zum Beispiel der Blutdruck ansteigen. Je nachdem, wie gestresst jemand ist, kann der Blutdruck bis zu 200, zum Beispiel 200 zu 100 mm Hg ansteigen, das ist sehr hoch. Das kann das Herz schädigen. Oder es kann zusätzlich noch zu einer Verengung der Herzkranzgefäße kommen. Und das hat zur Folge, dass die Durchblutung des Herzens verändert wird. Und das kann zur Folge haben, dass Schmerzen auftreten. Weitere Folgen einer Stresssituation können zum Beispiel Herzrhythmusstörungen sein, zum Beispiel Vorhofflimmern oder eben Extrasystolen, das heißt ein unregelmäßiger Herzschlag. Also insgesamt ist Stress sicherlich auch ein Risikofaktor für das Herz und sollte berücksichtigt werden. Das ist eine schwierige Frage, weil Sie müssen gar nichts erkennen. Wenn zum Beispiel der Blutdruck erhöht ist, und das ist das Gefährliche am Bluthochdruck, dann müssen Sie gar nichts davon merken, vor allem dann, wenn der Blutdruck langsam ansteigt und schon längere Zeit erhöht ist, dann merken Sie subjektiv überhaupt keine Veränderungen. Aber es kann sein, dass Sie hohen Blutdruck haben und somit das Herz geschädigt wird. Deswegen sollten Sie sich zum Beispiel regelmäßig, wenn Sie beim Hausarzt sind, den Blutdruck kontrollieren lassen. Manchmal merkt man eine Stresssituation auch dann oder dadurch, dass Sie als Herzschmerzen auftreten. Das ist eine typische Erscheinung bei zum Beispiel einer Angina pectoris. Und das kann auch bei Stress auftreten. Sie können sehr viel tun, um Ihr Herz zu schützen. Wir wissen mittlerweile aus Studien, dass 80 bis 90 Prozent aller Risikofaktoren, die das Herz betreffen, beeinflussbar sind. Früher ging man davon aus, dass lediglich die Genetik, das heißt das Erbmaterial der Eltern und Großeltern, für die Herzgesundheit entscheidend ist. Heute weiß man, dass man sehr viel beeinflussen kann. Und das sind letztendlich die drei Faktoren Ernährung, Bewegung und Umgang mit Stress. Und was noch ganz wichtig ist, der vierte Punkt, ist die Beziehung. Die Beziehung zum Partner spielt eine ganz wichtige Rolle für die Herzgesundheit und für das Überleben insgesamt auch. Alarmsignale sind auf alle Fälle Schmerzen über dem Herzen. Herzschmerzen können Hinweise für eine Angina pectoris Erkrankung sein, das heißt für eine Verengung der Herzkranzgefäße. Ein weiterer Warnhinweis sind zum Beispiel Herzrhythmusstörungen. Wenn Sie merken, dass das Herz komisch buppert, unregelmäßig schlägt und das immer wiederholt auftritt, dann kann es sein, dass es sich um eine Herzrhythmusstörung handelt. Dann sollten Sie einen Hausarzt aufsuchen. Und der dritte Punkt ist eben, wenn Sie plötzlich das Gefühl haben, der Druck erhöht sich in Ihnen. In den meisten Fällen merken Sie das gar nicht, dass der Blutdruck erhöht ist. Aber manchmal ist es der Fall, dass dann der Kopf dröhnt und vor allem in Stresssituationen Sie den Eindruck haben, dass Ihr Blutdruck sich erhöht. Dann sollten Sie auch zum Arzt gehen und den Blutdruck unbedingt kontrollieren lassen. Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020